Leute, jetzt kommt hier ein Zug, eine andere Daurus. Ja, auf der Daurus stand Rail Cargo Austria. Und ja, hier ist wieder ein Güterzug. Das ist der fünfte für heute, Leute. Ja, ist viel Verkehr gewesen heute. Und ja, dann würde ich sagen, bis später. Wir sind im Video nur gestuft. Leute, es nimmt sogar noch auf. Es tut mir leid, ich wollte es eigentlich beenden. Leute, haut rein, bis später.